... und hat noch einen Kollegen dabei, der einen Bürostuhl vor sich her schiebt und das die ganzen 42 Kilometer. Herzlich Willkommen in Luxemburg. Das sind Rollen, wir halten den Marathon aus. Da bin ich wirklich gespannt, ob das klappt. Ich wünsche dir viel Glück da unten. Auf geht's! Drei, zwei, eins, die Spaß! 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 Drei, zwei, eins, die Spaß!